er löst es ist ohne sie kommt zu einer folge mp3 gesagt und da ist der damit in die fresse gegeben aber du auch nicht ist ein im lauf er hat wenn du dem in die fresse gegeben hättest dieser person da wäre es nicht so weil das er ein paar abschluss darf und zwar weißt du das ist einfach nur jeder hitmarker tötet ich verarsche ich habe inzwischen drei hitmarker gemacht also hundertprozent er aber normalerweise ist das nein normalerweise ist bei einem lauf macht man immer one shot äh ja außer daniel hat das alles angestellt hallo werf bei dir doch mal nicht Lohr habe ich mich gerade selbst gesprengt ja und du hast den kill bekommen wegen kippen wegen einem hitmarker vorher ich finde es cool also wenn sie das was m Macher Alter der ist immer da wo ich zu Hause diese Waffe einfach nur scheiße ist der der letzte diese Waffe oh my fucking God oh nein wer hat sich das ein ach sie hat daniel er ist schwer und wer hat sich das ach daniel ja ganz genau der yeah yeah m der Obert der Person ein Teil das aber lange gebraucht wird um die und um das überhaupt anzustellen ich würde ihn doch nun messern Lukas 8 was mich doch mal geschützt die das sind also knapp nicht viel mehr als vier ich habe immer nur einen auf Reserve o Alter euch was in den Boden weiß nicht Kommandokro bloß mit Sternchen Alter ganz im Herzen alle wie ich mich geredet habe ich aber diese Symptome Alter willst du mich verarschen ich messer dich in den Rücken und du stirbst nicht du drehst dich und messerst mich und ich sterbe ey warum bring ich mich selbst und er bekommt den Kill dafür weil ich ein Hitmarker dir gegeben habe das wäre auch egal ja was soll das Guck mal Hitmarker und 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 Kill ey du hast dich verändert ey komm zurück das ist so geil ey das ist so geil sag komm zurück ja und sag mal was du sagst doch nein klar klar ich bin Lukas ich bin Lukas ich bin Lukas gebildert ja du bist Lukas ich so ja das bist du Lukas der mit dem 1er ping 1er 1er 2er 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 Dora du Ghetto Explorer was passiert eigentlich wenn man einem direkt in die Fresse ballert äh du stirbst ich schieß einfach viel viel früher als du ja ja warum ich sterbe trotzdem wir sehen uns beide gleichzeitig also sollten wir jedenfalls ja ich schieß einfach viel früher als du ja wir sehen uns gleichzeitig mann wie langsam hab ich den CD raus du kannst überhaupt nicht viel früher schießen ich glaube Alter Junge ich bin zurückgeworfen ja so wie wir immer spielen ich bin 3f der von Girl aufschluss Lukas hat soo Lack ne ohne Scheiß dass ich da neben den Hanfis stand er schieß einfach so das ist ja das was bei Lukas so krass ist einfach Lack ach Kill ja ich auch Leuch 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 weißt du eine Eig... ihr sagt eine Eigenschaft von mir ist es Lack zu haben klar Selbstmordhilfe super was denkst du grad... denkst du grad nach was du sagst ich hab gerade in der Killcam gesehen dass ich gemeister wird und du standst währenddessen hinter der Plane nein stand ich aber nicht weißt du da standst du hinter der Plane hey was ja Alter das war auch irgendwie unlogisch ich bin durch durch hindurch gegangen und dann kam erst die Messer äh Messer äh Animation logic Junge du fielst mir auf den Nerv auf den Nerv aber oah dieser Spawn oh ne Witz alter ne mitwitz ey Junge das bringt nichts wenn wir uns gegenseitig pickballern doch nein ey warum eigentlich Dinger Dynamo was was ey nein nein oh ey Dynamo ist echt geallt irgendwie das ist auch so knapp ne ganz nix für meine Leitung ohne Scheiß ich messer dich nicht was ja zweimal hast du dich gemessert Junge sagt dein Vater er soll die scheiß Pornos mal endlich nicht ohne Witz das ist so voll was ja muss los meine Mutter regt mich gerade so auf ich hab echt keinen Bock mehr oh da war ein Panzer im Weg einfach kein Messer mein Messer ey ey lol dieser Bug alter oder diese Leitung boah zum Glück hab ich Lukas und dich zus gemessen was was nie im Leben man ich bin ey also wenn du immer so spielst dann freu ich mich außer dann die lax 10 wo du äh Daniel achso oh ich hab dich selbst gekillt cool super yeah ja super ey 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 ich bin letzter. Bist du gar nicht, Mann? Ja, er war gerade letzter. Daniel zählt nicht. Junge, bist du nicht? Ich zähle nicht. Cool, ich bin ein Schuss. Was? Bist du kackt gehen? Ja, Junge. Ja, genau. Ich bollerte dir das Ding genau in die Fresse. Das ist der Schuss. Junge, ich habe das zwei Kilometer von mir weg hingeschossen. Wie kann mich das denn bitte teilen? Das dachte ich mir bei Daniel auch. Genau das dachte ich mir bei Daniel auch. Also ich habe mich selbst umgebracht. Obwohl das zwei Kilometer von mir explodiert wird. Ja, war bei mir auch so, Mann. Wie kann das denn bitte, was ist das denn für ein Scheiß? Das geht nicht über zwei Kilometer, aber den Gegner nicht über zwei Meter. Ja. Ich muss einen Hit machen. Sag mal so. Ey, was soll der, Mann? Ey, du wirst an Fallschaden sterben müssen, Daniel. Nein. Doppelpunkt, Klammer zu, weh. Ich habe gar nicht kein Leben eingestellt. Ihr habt gar kein Leben, das ist nur eine Illusion. Ja. Was sagt das? Junge, nervt mich nicht. Piss dich. Ja, komm. Problem. Komm, ich bin nicht mal umdrehen, bitte. Oder so. Willst du mich verarschen? Ich hasse euch ohne Spaß. Was macht denn? Reicht, ihr wird die ganze Zeit Hitmark gekriege, ja? Ganz Zeit Hitmarker. Yeah. Dann bin ich gestorben. Ich hoffe, das war nicht durch mein eigenes. Alter, ganz im Ernst. Kennt ihr das, wenn eure Eltern irgendwie durchs Telefon schreien? Ja. Ohne Witz. Hey, Daniel ist so ein Wiesermesserer. Ich habe einfach nur das Glück. Nein, das ist kein Glück, das ist kein Glück. Ich kann nichts machen, Alter. Ich laufe rum und sterbe einfach nur. Das macht mich froh. So, danke. Das ist unmöglich. Yes, unmöglich, Mama. Das ist sogar Daniel messert mich. Daniel messert alle. Haus hat sie es. Daniel, das Haus, dann ist einfach alle. Äh, ja, außer ich, weil ich ihn messer. Ja. Das ist dann einfach die schnellste. Ich muss mal nachladen. Äh, ja, ist klar. Good luck. Uh, durch den LKW geschossen. Oh, das bin ich. Das bin ich. Da, 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 das bin ich. Und auf einmal Dommel. Da muss ich jetzt mal nachladen. Was? Hast du gesehen, wo du hingezielt hast? Ja. Und wo die tatsächlich eng geschossen hat? Ja. Na gut, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Review. Das sah mir genau so aus. Okay.